Desiree. Desiree, hast du Lust auf ein Spiel, wo du 100 Franken gewinnen kannst, wenn du einen Ambitge-Artikel auf 20 Rappen genau schätzen kannst? Mach ich mit. Bist du bei? Ja logisch. Desiree, dein Ambitge-Artikel ist der folgende. Hui, was ist es? Es ist Gleit und Maschashashill. Meine Frage an dich ist, wie teuer ist das? Und wichtig, du solltest nicht mehr als 20 Rappen den Namen klicken. Ja. Ich würde jetzt mal sagen 5 Franken 20. 5 Franken 20. Das war aber eine grosse Taube, hast du es genau angeschaut? Definitiv. Ja. Du bist bei 5 Franken 20? Ja. Du bist wieder hoch und runter. Ja. 5 Franken 20 ist ihre Antwort. So teuer ist das Massashashill, Gleitschill. Ist es so günstig? Achtung, ist es sogar günstiger? Das soll ich bei Führer stehen. Desiree. Die Antwort ist ... FUUUULLLLL! Es wären 9 Franken 80 gewesen. WUuuu! Aber es ist auch mega viel in der Tauben. Danke fürs Mitspielen. Und diese geben mir vielleicht alle was über den anderen, was es dann richtig schätzen tut. Danke trotzdem, danke dir!